Ich bin aber auch nicht vorhin auf den Siegern. Komm. Was zum Thema haben wir verboten? Ja klar. Danke. Ich kann es quasi von hier aus so richtig schön da rüber einmachen. Ich sage dazu, du bist ja auch nicht so tief hier vorne, das Wasser kannst du nicht sogar durchgehen. Ja. Die schläft nicht gut. Ich kann es nicht überlegen, sondern ich schlafe. Die schläft nicht gut. Das ist voll der Flüge. Ich wollte den hinterminsen. Wir brauchen den hinterminsen. Wir brauchen den hinterminsen. Und wir brauchen den hinterminsen. Konkret wieder. Ok, hier hat er einen Schaden, vielleicht einen richtigen Schaden hat, klar Oktober und du musst schwimmen gehen. Guck dir die Bekloppte an. Hier, oder? Der Flummer. Ach, und du bist ja. Das ist Buddy. Und das ist der Easy. Nach dem Teig, nach hinten raus. Kann man das essen? Ja. Ja. So, war wieder ein anstrengender Tag. Du hast noch nicht genug. Was schlägst du dein Auto, spinnst du, komm doch auf. Schmeiß die scheiß Külle weg ins Haar.